Ähm, Bro, was ist los? So, hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Donnerstag zu einer Scary Map hier in Garrys Mod. Mit mir war sie tot, XRF RSLP hier wieder am Start. Endlich ist das Dream Team wieder vereint. Ja, das Dream Team ist endlich wieder vereint. Ich hab dich total vermisst. Ich dich auch. Lass uns mal in diese... Du wachst es mit mir, Shotgun zu sprechen. Nee, nee, alter. Ich bin doch, wenn du traust. Du, du regnst mich. BOMM! Oh, oh. Oh, oh. Oh! Nee, 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 Spaß. Herzlich willkommen zu einer Scary Map hier in Garrys Mod. Ähm, in der Horror Indie Game Woche am Donnerstag. Und da sehe ich schon mal einen Slender... Also von Slenderman. Einen Page. Guck mal da. Es ist die von, ja. Oh! Ähm... What the fuck? What the fuck? What... Oh, ich hab grad ne Waffe... Oh, okay. Wieso? Was ist in der Toil... Da guckt ein Kopf raus! Da ist der Kopf... Da ist ein Kopf in der Toilette! Oh! Oh! Es leckt wieder ein bisschen, aber nicht so stark wie letztes Mal, als wir es versucht haben. Hast du das gesehen? Hey, der sagt hallo! Hallo, Ralf! Ralf, hast du das auch mitbekommen? Oh, ich bin... Ich bin eingesperrt! Hier hat sich grad ne Wand geöffnet, ne? Lass mal runtergehen, alles abchecken. Ähm... Ähm... Alter, die Map beginnt jetzt schon... Siehst du diese Ratte da mit den... Die Map beginnt jetzt schon und ich erschreck mich, was ist das denn? Stirb du verfickte Ratte... Okay, geht nicht. Lass mal runtergehen. Wohin gehst du? Äh, runter? Da runter. Oh, Gordon Freeman! Ähm... Hallo? Gordon Freeman? Gordon! Äh... What? Das ist in Freemans Hand. Was ist das denn? Das ist Half-Life! Zeig mal! Ich will es mal sehen! Ich will es sehen! Oh, Episode 3! Was? Das ist die dritte... Oh, das wäre so geil, wenn das rauskommen würde! Das wäre so geil! Ey, das ist Half-Life 2, Episode 3! Die sollten anstatt das machen... Half-Life... Wo kommt die Melode her? Ich hab ne Melode... Hat die grad... Hat die grad... Ist die grad expo... Pfff... Wieso explodiert, Melode? Oh! Den gibt's, glaub ich, nicht so gut. Nicht wirklich. Hast du das drüber gesprayt? Zieh dir mal die... Ha, 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 ha! Zieh dir mal das an, das hab ich für Jail! Was? Macht mal Wurtball auf den Frickelau! Wenn ich Jail sag! Okay, lass mal hier nach oben gehen... Ah, oh! Ugh! Was geht denn hier ab? Boah! Ey, dein Kopf! Guck mal, dein Zwillingsbruder! Der Kopf von deinem Zwillingsbruder ist da drin! Wuh! Wuh! Kann ich den rausnehmen? Na! Hab ich ne Psyo von? Gut, ne... Ja, Fotos zu machen! Wir sind ja dann aus Kevin-Map! Sorry! Ähm, ist hier jemand? Oh, ein Laptop! Was zur Hölle? Ich glaub, der spielt drum. Sehr schön. Ey, ist... Hörst du dieses Telefon? Da ist eine Waffe! Ach, schade. LOL! Da ist der Teufel, guck mal! Äh, what, wo? Geh mal weg! Ach, wie schön! Warte, da steht Press Use! Oh! Ein schönes Lagerfeuer! Zoom in to read! Crossbow! Warte, wie... Oh! Warte, hier, Dings, hol mal deine Armbrust und du kannst mit Rechtsklick ranzoomen, dann kannst du dir das genauer hier ansehen. Also, wir sind gerade da! Da sind die Treppen, da ist die Küche, da ist der Käfigraum, da sind die Toiletten. Dein Gesicht ist im Weg. Oh. No map puzzles to solve. What the fu... Äh... Der ist ja richtig sexy, der Typ. Oh, guck mal, ich hab, äh, die Musik angemacht beim Radio. Oh. Oh. Was denn? Hier klingt irg... Klingelt irgendwo... Hey, 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 was geht denn hier ab? Jason! Wer ist das denn? Ach, wir müssen... Pick up, okay. Hey. Hey. What the... What the fuck? Was sollte das denn? Hey, hey. Jason! Ja, was denn? Hat dein Vater nicht gesagt, dass... Du sollst nicht mit offenem... Warte mal, was... Du hebst den Teddy auf! Ja. Der leuchtet rot. Der will mit Jason... Kuscheln. Okay. Dann lassen wir die doch irgendwo. Fuck maaaal. Ey, komm mal, man kann am Laptop drücken. Zoom in to read. Also okay, wenn du das möchtest. Hol deine Armbrust raus, dann können wir lesen. Komm, da hast du nur... Check out der TTT in Murder Version of Nightmare Court. What the fuck? Aha, aha. Aha, erst mal hier nur Fett Schleichwerbung machen. Oh! Was hast du gemacht? Ich wollte nur die Tür öffnen und dann explodiert das! Was? Das ist ein Schotgunst, Vince. Forgive me, Vater. Oh oh, was ist das? Ähm, dieses Baby guckt... Siehst du dieses Baby da in der Ecke? Ein Baby? Ähm... Wir müssen diesen Tatort genau untersuchen. So, was fehlt ihnen denn? Mhm. Oh, sie haben einen Bolzen im ihren Schwanz. Das ist ein Schwanz! Warte, Telefon klingelt. Ey! Was? Komm noch mal zurück. Ey, was? Ey, was das so für die Ver... Komm noch mal zurück. Komm noch mal zurück. Komm noch mal zurück. Ist was, beim Fernseher ist was. Guck mal auf'n Fernseher. Du bist ja richtig hässlich. Haha, die rauchen nen Joint. Ähm, okay. Hast du gerade gehört? Nein! Sie hat nur sehr krumme Zähne. Was ist los? Ähm... Komm, wir strechen denen die Augen aus. Bam! So, und jetzt... Oh oh, guck mal hier bei der Dusche. Was ist bei der Dusche? Oh. Sehr schön. Kannst du mir duschen? Oh ja. Schleck, schleck, schleck! Oh! Oh. Das gefällt mir nicht. Das ist ein Zerpissen. Was? Deine! Was? Kommst du? Ich werde mich nicht hier alleine lassen. Du gehst vor! War's hier doch eh nix. Ähm... Bro... Diese Engel bewegen sich. Ich kenne die Engel. Das ist eine Anspielung auf Doktor Who. Diese Engel sind eine Anspielung auf Doktor Who. Ich kenne die. Ich steck das jetzt auf einmal schon wieder. So, jetzt satt. Geh du vor! Bescheid. Los, trau dich. Da kommt Blut aus dem Springbrunnen. Jaaaaay. Geil. Süß. Eindeutig verbotzt. Eindeutig verbotzt. Ich hab ne Revolver. Profiziert worden. Was ist das? Health Pack. Ähm, da ist ein Kind. Ich hab Armour Battery bekommen. Ähm. Bro. Was ist los? Ähm. Was ist passiert? Bro. Bro. Hier ist so ein blaues Licht. Was ist passiert? Hast du dich nicht gesehen? Nein, ich war draußen gewesen. Ich bin rein. Dreh mich um und auf einmal steht das Kind hinter mir. Okay. Ach du Scheiße, Mann. Wohin geht das Licht denn jetzt? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bro. Wo bist du? Oh, ich bin hier. Bei der Kirche. Oh. Oh. Was war das denn? Optional find a dead girl cops. Then give the door back to her. Ich hab eine Puppe gefunden, die wir das kleine Mädchen geben sollen. Was ist passiert? Ich lass mal kurz die Puppe hier, ne? Ich geh mal kurz in diesen Raum hier rein und check die Lage. Shoot Armour is shining. Geil. Nett. Redermäuse. Geil. Ey, war haben wir hier nicht am Anfang? Ich weiss. Diese Puppe müssen wir dem Kind geben. Wart auf mich. Momentchen mal. Bum, 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 bum. Oh, du verfickte Kleider. Die sind unsichtbar. Okay, nicht ganz unsichtbar, aber die sterben nicht. Ich darf mir das Baby und hauen ab, komm. Ich geb dir das Baby, ich geb dir Rückendeckung. Wohin? Hau ab, einfach! Ich schaffe es schon. Willst du die Mikrowelle erstellen, oder was das ist? Ich werde euch mit meiner Brechstange fertig machen, ihr Bähne! Alter, die sterben nicht. Ich finde kein Tod ist innen. Ich habe ein totes... Ralf, wo bist du? Ich bin wieder zurück, ich bin bei der Kirche. Der Scherke ging an! Wo bist du? Ich bin bei der Kirche. Vater Gregory, wie ist es mit dir passiert? Dein Kopf ist ab. Oh, set story, bruh. Set story. Ich bin jetzt wieder bei den Engel. Ich bin bei... Ich bin gerade in der Kirche. Hier. Ich bin Vater Gregory. Du hast bereits gesehen, meine Kongregation. Nett. Also ich geh mal kurz beichten, ne? Schau mal, da ist er! Da war er gerade. Ich weiß, ich habe es gesehen. Ich geh mal kurz beichten, ne? AHHHHH! Genau, das ist mir auch passiert. Ich will das nochmal machen. Ich habe das Kind verloren. Scheiße, ich habe... Ist das bei dir auch schon passiert, oder was? Ja, was glaubst du, warum ich mal anfangs herumgeschrien habe? Wo ist das Kind? Ah, das liegt doch hier. Oh, nein! Nein! Was? Wo bist du? Bro? Wo bist du? Da bist du. Wow, wieso habe ich jetzt auf einmal 666 le... Oh. Ähm, 666 Leben? Wow. Ja. Das ist die Teufelschale, bro. Spring mal da rein, aber ohne das Baby. Kann ich da überhaupt rein? Ja, und jetzt? Da ist eine Leiter? Da ist eine magische Leiter. Oh! What the fuck? Was? Was? Wir haben alle Jumpscares gefunden. What the fuck? Das waren alle Jumpscares in dieser Map. Nicht dein Ernst, oder? Das waren alle Jumpscares gewesen hier bei der Map. Ja, was ist das mit dem Baby? Ja, wir müssen ihre Leicht... Also, wir müssen die Leicht des Kindes finden. Also, ich persönlich würde jetzt sagen, scheiß drauf, wir nehmen jetzt mal eine neue Scary Map, ne? Ja, würde ich auch sagen, weil die hier scheinbar zu Ende. Mhm. Und das ist viel zu langweilig, wenn wir jetzt aufhören würden. Die war zu kurz. Das wäre halt Part 1 jetzt, würde ich sagen. Ne, ne, ich möchte ja, das ist ja die Horror-Indie-Game-Woche, die läuft bei mir, ne? Ah. Deswegen muss ich jetzt noch, um noch eine Map mindestens nehmen. Es muss ja mindestens 30 Minuten lang gehen, das ist Standard, ne? Für mich, für mich wird's Part 1. Okay, für dich wird's Part 1. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich zu der nächsten Scary Map wieder. Scary Map wieder, bis gleich. So, da sind wir jetzt wieder zurück. Wir haben jetzt drei neue Maps hier runtergeladen. Und wieder! Schon wieder! War's schon wieder. Fängst du einfach an, ohne dass ich meine Aufnahme starten darf. Ich hab doch gesagt, ich fang jetzt an. So, ja, jetzt sind wir hier wieder zurück. Deine liebe Vasi-Tour, wie der so geil auf diesem Map ist, hat er natürlich wieder vorher moderiert, ohne mir Bescheid zu sagen. Ich hab dir Bescheid gegeben gerade. Du, ne, meeeel. Stopp. Ich hau ab. Ja, renn rein, genau. Oh, ich geh wieder raus, ich geh wieder raus. Du saßt Blut an der Wand und dann denkst du dir so, nö. Weißt du was? Oh, ne, scheiße, NoClub hab ich ja ausgeschaltet. Ich hab was vorbeigelaufen, bro. Ja, komm, lass mal is... Da. Bro, bro! Oh, nein, Spaß hier passiert, gab nichts Schlimmes. Bro, ich hab was Schönes gefunden in der Küche. Unser Abendessen liegt da auf dem Boden. Das war, wow, das war das Schrecklichste, was ich jemals gesehen hatte. Oh, ma... Bro, hinter dir! Ein Arschloch. Der Tor ist blut, besser weg von behind. Da, an die Zuschauer auch, hier einen schönen Gruß von den lieben Schettel. Und, ja... Ist das gerade irgendjemand im TS, oder schreibt dich da dauernd jemand an, wie er das... Steam, 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 Steam. Ich guck mal in die Tür, die ist verschlossen. Geht nicht. Ich kann hier reinglubschen. Ich kann auch reinglubschen, aber... Das ist nicht... Oh, guck mal, meine Familie, ist das nicht schön? Ich hab ne wunderschöne Tochter und ne wunderschönen Sohn und ne wunderschönen Frau namens... Das warst du auf dem Bild gewesen. Guck! Die Frau bist du! Du hast unser ganzes Vorteil vom Kapust gemacht, du Penner! Das ist ein Kaktus. Scheiße auf dem Kaktus! Warte, war's das jetzt von der Map? Ist das alles, was die Map jetzt hier kann? Oder ist hier irgendwas versteckt? Bro, ich hab nen Weg gefunden! Ein Lüftungsschacht, lass mich doch vorgehen! Es wird bestimmt nichts passieren, wenn ich hier durchgehe! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ähm, yeah! Das ist, äh, sehr nett! Guten Tag, die Herren! Ist hier irgendwas oben? Guck mal bei den Kissen da drüben, bitte! Ich! Bist ja schwarz! Wie das ist, dich in dieses Spiel! Ha, ha, ha! Ich hab's was verhört! Ich hab, ich wollte das, ich hab das kaputt gemacht, aber... Ach, schon wieder so ein schwarzes Viech da! Oh, geil! Oh! Wo bist du? Ich bin weitergegangen! What the fuck? Was war das denn gewesen? Bro, 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 bro! Guck dir das mal an, was da für ein Viech ist! Bro, hinter dir! Töte es! Au! Es war ein Nigger-Headcrab oder so... Oh, dieser Zombie gehört mir! Bam! Oh! Ne Pistole! Geil! Oh! Okay, ich halt meine Mauer! Oh, da ist noch mehr so welcher Viecher! Bam! Lass ihn noch mal vor! Du kleiner, beschissener Penner! Guten Tag! Oh! Der Herr war krank gewesen! Hallo! Ich stecke in der Leiche fest! Du steckst in der Leiche fest? Ja! Hey, willst du das haben? Hier lag also Pistolenpatronen auf dem Tisch. Ich schätze mal, gleich kommt was Großes auf uns zu. Komm, schimmelt! Guck dir das mal an, bro! Guck dir das mal an! Da ist ein Eimer! Oh! Oh, das war so klar! Ja, glaubst du, das war nett klar gewesen? Was zum... Munition! Das war so klar gewesen! Ich hab mich voll auf die Munition gefreut! Ich hab mich auch auf die Munition gefreut! Da lag eine Shotgun auf dem Tisch! Wer dank! Nimm mal Stürze hier mit Sch... Ach, scheiße! Munition! Bam, bam, bam! Äh! Nein! Pack die Waffe... Bro! Pack die Waffe weg! Das musst du jetzt sein! Du gehst rein! Ich falle den Boden! Du gehst nach rechts, ich geh nach links! Oh, Munition! Wo hast du die Shotgun her? Bekommen! Von wo bekommen? Ich hab keine Shotgun aufgehoben! Jetzt hab ich mir eine gecheatet! Ich hab keine Shotgun! Jetzt hast du eine! Jetzt hab ich eine! Wart auf mich! Oh mein Gott! Oh! Oh! Babbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbabbababb! Baate, ich wollte Aufzug stehen! Ach! schieben sie wollen das hin okay wir müssen da entlang okay da mal los ich habe ein stück rücken für dich du hast mir leben weggezogen ich habe ein hp verlor ok sieht das sehr schön aus vorsicht sind giftig was ist das was ist das und ein magnum die ist geil hol sie dir tiger ich werde jetzt mit shotgun rum hantieren wie es noch nie jemals jemand getan hat denn wir beide können shotgun sprechen die toilette ist gerade so kass am verstopfen hast du gerade das alles gespawnt munition man kann das nicht aufheben das sind das sind nur props ja wo geht es jetzt weiter oh ja was hast du denn was hast du ganz freust oder was damit schlage ich jetzt die headcraps okay wir müssen den weg von der damen digga nichts wollen müssen wir denn gehen ich bin schon genauer sich der schlagkisten mit meinen fäusten oh mein gott ich finde ich glaube das war's oder ohne bitte nicht das hat so schön angefangen deswegen da oben ist ein lift und schacht wo das habe ich gar nicht gesehen du gehst vor keine sorge es wird nichts passieren hier ist nur ein bisschen blut ja ok dann hier hat es ist normal dass jemand seine regel hat also von daher ja gut das ist normal dass er fußstapsen niemand greift meinen kumpel hier an ihr verdammte kleine homofürste jetzt geht die tür auf oh ja wo ist meine brechtachter bam bam und bam guten tag was ist das wo bist du da nein lass mal erstmal den anderen weg gehen was habe ich wohin gehst du auch munition ja wieso gehst du nicht erstmal in die richtung hier ist munition wo ich bin da auf den tisch noch mal platz da endlich habe ich etwas munition guten tag oh der smg wir haben der smg du findest ja alle waffen jetzt geh ich vor checkpoint unlocked bäääääb bääääb warte lass uns mal den anderen weg checken weil wir haben gerade ein checkpoint erreicht das heißt lass uns mal die andere lage hier checken wo bist du ich bin jetzt den anderen weg gegangen komm mal mit erstmal nach unten du verdankter kleiner kleines arschloch das bin nicht ganz runtergefallen also brauchen ja ein code ist hier was bin nur vorsichtig munition das hat sich nicht schön angehört ey 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 was soll das scheiß ist da jemand drin ne gummizelle ne gummizelle ne gummizelle ähm bro du hast den jumpscare verpasst die luke äh ist gerade zugegangen oh warte für mich mi scuse hello eg du kannst mich auf die sofa lassen oh ich glaube du musst dich irgendwo einstecken ähm ähm was das ey du dreckiger ey jetzt lass mir doch auch was übrig ich steck fest ha ha komm echt nicht mal weg ah jeter was hast du jetzt was war das oh shotgun munition oh oh 16 schuss was oh den übernimmst du ich hab keinen bock jetzt bin ich verleicht ich hab kaum munition lass vorwärts mit dir beweg deinen arsch oh gott oha hier sind viele motherfuckers nein 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 so nicht mehr so wir haben hier alles aufgeräumt das heißt wir gehen jetzt hier weiter so wir gehen jetzt mal dahin wo dieses checkpoint da war alter was hält der aus guten tag oh oh okay sag mal wo bist du ähm wir gehen garten also es war doch schon richtig gewesen wo wir hingehen merke ich ja ich weiß sogar wo es ist oh oh wieso ist die tür offen ähm weil wir da drin waren nein hier drin waren wir nicht gut ich hab den weg gefunden nice los rein mit dir nein jetzt hat munition die ist voll ungruselig die map aber was man hier wo digger ich krieg nicht was ab ich so war mir das klar das ist eine drecksfalle das ist eine drecksfalle oh die tür ist offen oh komm schon wieso wieso schmeißt der bastard uns mit oh der kann der kann was munition ist fast alle derzeit dass ich munition finde ähm die zombies hier stehen gerade auf wo bist du denn du hast ein zombie übersehen wow ist das ah suit suit up oh wir brauchen einen schlüssel alter die map ist verdammt groß für 4mb ne ja oh 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 mein retter mein retter dein retter oh schlüssel mein schlüssel den fund den ich haben und wie die scha- ich hab einen freund nein du darfst keine freunde haben du bist voll gemein bam 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 wieso sterben die bei mir nicht du musst halt auf die draufkloppen so weiter geht es wir haben einen schlüssel das heißt wir können die türe öffnen perfekte oi 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 day oi oiacer oi 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 meố marf aufgehoben doch die generator stil needs more fuel wir brauchen noch mehr benzin steht da dann lass uns doch mal benzin suchen du hast ein jumpscare verpasst dann wieder ja du rennst einfach zu du was einfach du ich du gehst längst ich gehe rechts ich habe einen kanister gefunden ich auch okay das heißt wir haben jetzt alles ich hab schon wieder deinen freund umgebracht tut mir leid guck dir das mal an die ort der karte ist kaputt gegangen na klasse warte können wir die tür wie kommen wir da jetzt hoch wir brauchen irgendwas darf doch hin stellen ich weiß dass man kann ich stehe hoch warte die man weg okay so wird doch besser sein geht das ja wohl ich bin drin jetzt noch mehr was rausgefunden ja klar aber es sind so blaue kann ist die leuchten so hast du auch im blauen kanister du hast jemand übersehen viel spaß mit dem ich hoffe ich sind ganz gern und keine zombies und digger das ist nicht korrekt also die mir bis verdammt groß blut blut und noch mehr blut da ist noch ein kanister so jetzt haben wir drei von drei das soll mal durchgehen und gucken was da ist lasst uns durchgehen ja wie denn ich stecke fest bewegen steckt fest ja ich auch warte mal kurz warte mal kurz warte mal kurz warte mal kurz warte ok no clip will nicht angehen gerade bei mir no clip 1 no clip on nein es will nicht einer von uns muss sterben um hier wieder rauszukommen oder so das geht auch ralf weiß was zu tun ist dann los runter mit dir tut mir leid das ist der shotgun also schocker auch danke dass mich hat sich schockte zum bier auch mal wie viele freunde hast du denn ach du scheiße er wollte wieder ein newborn weiter wie viele von dennis ich habe irgendwie das gefühlt abgleich die map zu ende ist glaube das ist der end also die web geht schon 23 minuten auto einsteigen wir haben gerade ab wir sind die kurzen wenn wir grüßen wenn wir durch die city düsen auf musik im mittagrund nicht von ihr leben ich nicht weil ich die ganze schließen ich kann nicht schießen doch ich kann schießen was passiert jetzt ich höre deine neuen gang so okay dann würde ich mal sagen das war schon mal von dieser map ich hoffe ich hatte jetzt am donnerstag die zwei maps gefallen war von nicht werden die nächsten zwei gleich spielen aber das wird ein separates video sein und ja wir sehen uns dann zu unserem nächsten video wieder bis dann